Herr Benka, schön, dass ich Sie erreiche. Ich meine, ich weiß jetzt Preisdenkung. Gibt es Strom. Und wenn Sie haben auch Gas derzeit. Herr Benka, Mariendorfer Dam 179 ist noch aktuell. Ja, ja, was bitte mit Strom? Ich sehe sehr schlecht verstehen. Bin gerade bei Kuchen gewesen. Das Blatten machen. Was machen Sie? Blatten. Blatten. Nichts verstehen. Das ist laut gewesen. Sie bitte nochmal sagen. Ach so. Ich melde mich von der Energievertriebsbundesweit. Wegen Ihrem Strom. Und wenn Sie haben Gas. Ja, ja, Strom. Ja, 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 okay. Gibt es Preisdenkung? Ähm, äh, weniger, weniger. Ja. Oh, sehr gut, sehr gut. Haben Sie auch Gas oder nur Strom? Ja, ja, wir kaufen für meine Frau. Nein, haben Sie auch Gas oder haben Sie nur Strom? Ja, ja, wir haben, wir haben. Gas haben Sie auch. Ja, ja. Schauen Sie, was Sie bezahlen im Moment für Strom und Gas? Was bezahlen Sie denn? Ah, Badegaladon hat an das, ähm, wir jetzt bei dem letzten Mal schon, äh, zu viel Gebrauch machen, ja. Und jetzt, äh, jetzt den, äh, 83 Europa geben. 83 Euro für Strom und für Gas? Ähm, da wir zu wenig geben, äh, zu viel Geld geben, die wiedergeben, äh, das bei, äh, 60 Europa, right? Ah, okay. Aber, but I need to improve, I need to improve the German, I need, äh, the, the practice, right? Ah, dann, ja, okay, für mich, für mich kein Problem. But if you not understand me, dann, äh, tell me again in English, okay? Yes, we can do it. Aber ich spreche besser Deutsch, okay? Ja, das ist kein Problem. Nur manches Worten nichts verstehen, wenn Menschen so, äh, schnell reden, oder schnell reden. Und manchmal auch nichts verstehen, wenn Menschen schnell reden, okay? Okay, dann mache ich langsam. Right. Sind Sie dabei, Ihr Anbieter ist Berlin-Basis-Privatstrom, oder haben Sie gewechselt? Mariadorfer Damm, 179, right? Moment, ja, das ist okay. Ja, ja. Aber, äh, Ihr Anbieter, Stromanbieter und Gasanbieter, wer sind Sie denn? Berlin-Basis-Privatstrom, oder? Ja, Privat, Privatmann, ich habe keine Firma. Nein, nein, Ihr Stromanbieter, you know, äh, your company, Electricity and Gas Company, who is that? It's, an der Stadtwerke. Ah, Stadtwerke, which one? Berlin, ich wohne in Berlin. Ah, Stadtwerke Berlin. Ja, ja. Okay. Is that okay? Yes, of course, if you are there, it's okay. And Strom, Strom ist bei Stadtwerke Berlin und Gas auch bei Stadtwerke Berlin. Ja, die eine mal fragen, als wir Umziehung machen, bei das Hausen, dass wir Strom brauchen. Und ich sage, ja, was soll ich ohne Strom machen? Ich will keine Feuer bei der Wohnung machen. Hallo? Ja, ja, ich bin hier. Einen Moment. Okay. Einen Moment, ich überprüfe gerade Stadtwerke Berlin. Ja, woher haben Sie gewusst, dass ich nicht Englisch reden kann? Äh, ein Berliner Stadtwerke. Ah, Berliner Stadtwerke. Ja, ja. Right, your company? Right. Von Ihrem Akzent habe ich mir das gedacht, dass Sie Englisch sprechen, dass Ihr Englisch besser ist als Deutsch. Ach so. Wir machen jetzt Praktik, deshalb sprechen wir Deutsch. Practice, right. Aber, ja, genau. So, Berliner Stadtwerke, ne? Ja, welches Sprache können Sie reden? Ich kann Englisch sprechen und Englisch. Okay. Just zwei Sprachen. Ja, das ist sehr gut. Are Sie eine native-Englisch-speaking-person? Sorry? Are Sie native-speaking-englisch-person? Are Sie von Great Britain oder Amerika? Oh, nein, 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 nein. Ich bin von Deutschland. Ich bin Deutschland. Right. My Mama ist Deutschland, Papa ist Deutschland, everybody ist Deutschland. Oh. Ich lerne Englisch in der Schule. Right. Hey, you're very good English. Huh? Thank you very much. My English is not so good, but I think it's not bad. It is. It is very good. Thank you very much. You're very welcome. Thank you very much. So, äh, ich würde jetzt gerne mal gucken, dass Sie weniger zahlen für Ihren Strom, okay? Ja, mein... Ja, mein... Ja, mein... Ja, mein Frau mir angucken wie mehr Schweinchen, weil ich mal Deutsch und mal Englisch reden. Die denke, ich bin verrückt geworden. Ja, dann bin ich auch verrückt. Ich spreche auch mal Deutsch und mal Englisch. Würde Ihres Kollegen auch gucken wie mehr Schweinchen? Äh, nein, noch nicht. Noch hat mich keiner gehört. Oh, okay. Denn wir müssen sehr leise reden, dass Sie uns nichts hören. Genau. Sonst kriege ich kein Abendessen. Oh, nein, nein, das wollen wir nicht. Das ist nichts gut. Nein, das ist nicht gut. Kann man mit neues, 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 anderes Strom auch Herde benutzen? Reit? Ja, natürlich. Herr Benker. Das ist Spaß gewesen. Ja, aber ich... Ich hab Sie jetzt ernst genommen. Nein, das ist alles in Ordnung. Das ist doch kein Problem. Herr Benker? Ja, Benker? Sie müssen mir jetzt einmal die Unterlagen rausholen von der Berliner Stadtwerke, damit wir mal gucken, was Ihr Jahresverbrauch ist. Wissen Sie den? Weil Sie haben eine Nachzahlung bekommen, haben Sie gesagt, ja? Ja, ja. 83 Euro und dann müssen wir mal 12 rechnen. Wir können den Tassenrechner kaputt machen. Ahaha. Sie haben den Tassenrechner kaputt gemacht. Ja, ich das, äh, vor zwei Tagen, das Steuergeklärung schreiben und das ist nichts gut. Und ich bin dann gewesen. Nein. Das kaputt machen. Ich wollte, äh, you remember, you know how many, äh, haben Sie, haben Sie Nachzahlung bekommen dieses Jahr? Nein, nein, die Geld bekommen, ich nichts Geld bekommen, ich bin arme Inder. Ja, ja, Herr Benker, mussten Sie, haben Sie viel verbraucht Strom und mussten Sie noch nachzahlen? Ja, ja, 300 Euro, paar bei denen geben. So, 300 Euro, was haben Sie vorher bezahlt, wie viel Euro monatlich? Äh, vor... Jetzt bezahlen Sie 82. Ja, und vorher 300 Euro, paar weniger geben und dann 300 Euro, ein paar mehr geben, weil zu viel Strom machen. Ja, okay, das habe ich verstanden. Ja. Oh, okay, Moment, ich gucke mir das mal an. Sie auch bei Berlin, junge Frau? Äh, nein, ich schaue mir alle Anbieter an und gucke, welches der günstigste bei Ihnen im Ort ist, damit Sie weniger bezahlen für Ihren Strom. Oh, bei welcher Stadt Sie anrufen? Ich arbeite mit allen Anbietern. Ja. Wir sind kein Anbieter. Ja, aber wo ist, wo ist Ihr Telefon? Bei Berlin in der... Ah, der arbeitet bei der Frankfurter Börse. Right, das ist Security machen. Perfekt. Dann verdient... Ah, Security. Ja. Verdient der gut Geld. Ja, und der kann manchmal Menschen schlagen und kriegt Geld dafür. Oh. Oh. Ja, andere Menschen Probleme kriegen, die Geld dafür kriegen. Nein, Herr Benka, das möchte ich nicht. Herr Benka? Ja, ja. Sie müssen mir einmal Ihr Zählernummer geben und Kundennummer, damit ich Ihnen die... Nein, keine Kontonnummer, Kundennummer und Zählernummer. Das ist Sozialgesicherungsausweisung. Nein, nein, Herr Benka. Aber warum Sie nix weinen, bitte nicht weinen. Ich kann mir nix machen. Okay, Herr Benka, von your electricity and gas, I need the number. Ja, das ist ja, ich kann nicht mehr überraschen. Nein, nein, nein. Und Zählernummer, okay? Nein, nein, nein. Ja. Und China, gas. Ja, und jetzt, ich sage dir jetzt, nur ein Sekunden. Just ein Sekunden. Du machst es mir sehr wunderschön. Really? Warum? Ja, du sprach englisch, du sprach deutsch. Du sprach englisch. Du sprach englisch. Du sprach englisch. Nein, ich kann nicht in deinem Sprach englisch sprechen. Ben, schade. Ja, ich kann nicht in deinem Sprach englisch sprechen. Ich brauche das Konter-Number von your electricity and from gas. Jetzt, it's a faul people, me, my wife and two sons and the tree cat, tree cat. Oh. And they tell you all? Excuse me? Deine Familie betrachtet dich jetzt? Meine Familie bei Kuchen und ich bin bei Katzen, weil die mir nix storen. Ja. Haben Sie die, holen Sie mal die Unterlagen raus von Strom und Gas. Haben Sie die Unterlagen? Was, äh, Unterlagen, was bedeuten? Die Unterlagen, Papier, Papier, Deutschland, immer Papier, Papier, Papier. Deutsche, Deutschlandkarten? Okay, warte. Nein, nein, nicht Deutschlandkarten. Ich weiß, wo Frankfurt, ich muss nix auf Karte gucken. Nein, nein. Aber wie, aber wie du, aber wie du Strom von Frankfurt bei Berlin kriegen, wie kann man das machen? Oh, Ambita, ganz Deutschlandkriegen sie, kein Problem. Ja, aber wie du Strom von Frankfurt nach Berlin kommen? Ähm, das, unter der Erde. Okay. Ja. Ähm, Herr Benker. Ja? Ja, ja, ja. Schauen Sie mir mal das zu. Die Unterlagen brauche ich einmal. Von Strom und Gas. Können Sie mal bitte die Unterlagen rausholen? Das, äh, Kontrakt? Ja. Vertragen. Right? Genau. Von Strom und Gas. Ich sie bei Schlafzimmer mitnehmen, dann wir gucken. Ja. Okay, bitteschön. Ja. Geh einmal bei Headset reinmachen, dann kann ich gucken. Okay, super. Gute Headset kaufen. Ja, das ist ganz wichtig. Gute Headset ist wichtig. Ja, Sie auch haben? Ähm, ja, von iPhone. Headset von iPhone? Ja. Das Apple iPhone? Weil, ähm, wenn ich, wenn ich Sport mache, dann muss ich immer Musik hören. Ja, das ist ja kein Headset, das ist, äh, Kopfhörerung oder nicht. Nein, man hat doch diese, ja, Kopfhörer mit Bluetooth. Ist gut. Bluetooth? Ja, aber bei Arbeit gute Headset oder Sie Telefon haben? Ach so, Headset, Headset. Ja, welches Firma? Oh, keine Ahnung. Ich kenne mich nicht aus, der Benkar. Da muss ich mal drauf gucken. Das kann, äh, Bild von Firma drauf. Oder, äh, die schreiben. Moment, Moment. Ja, ich auch Sennheiser haben. Das ist sehr gute Headset. Wir haben auch Sennheiser. Ja, ich finde auch. Ist gute Headset. Ja, die mal bei mein Firma Sponsoring machen. Ach so. Ja. Ja, sehen Sie mal. Haben wir was Gemeinsames. Ja, sehr gut. Das ist sehr gut. So, jetzt setzen Sie auch Ihr Headset und holen Sie das Kontrat raus. Vertrag. Jawohl, my lady. Ah, ich werde machen. Lass mir gucken. Ja. Ne, das ist Krankenkasse. Das ist nichts brauchen. Nein, nicht Krankenkasse. Strom und Gas. Ja, ja. Ich verstehe die Anwalt. Ja, super. Bewahrungshelfer. Das ist auch nichts gut. Warte mal. Oh, da ist mein Führerschein. Ich darf das schon suchen. Oh, schön. Haben Sie jetzt Ihren Führerschein endlich gefunden. Ja, jetzt kann ich nachzeigen, weil bei drei Wochen ich das nichts dabei habe. Die Strafe geben. Ja, sehen Sie mal. Jetzt habe ich Ihnen was Gutes getan. Dank mir haben Sie Ihren Führerschein wieder gefunden. Ja. HNO Gemeinschaftspraxis im Kopfzentrum. Das ist von Dachschaden von meiner Frau gewesen. Das ist nichts gut. Oh. Warte. Das ist sehr gut. Das ist dritte Manu. Sehr geehrter Herr, nein, das andere Schreiben. Was Sie brauchen... Aber Berliner Stadtwerk, also ich brauche Kontrast von Strom und Gas. Haben Sie jetzt? Ja, ja. Und jetzt, äh, ich nehme und jetzt bei Keller laufen, wegen des Uhr gucken. Soll ich das Uhr angucken? Also, wenn Sie das Kontrast haben, dann müssen Sie nicht zum Uhr runter. Okay. Weil da steht auf, Lela Nummer. Stopp, dann werde ich wieder Zurücklaufung machen. Okay. Ja. Halten Sie das Kontrast in der Hand und ich sage Ihnen, wo das steht. Und ich kann bei Hosentaschen backen. Nein. Oh Gott. Was ist das Problem? So, haben Sie jetzt die Unterlagen? Was machen? Nichts verstanden. Haben Sie jetzt... Now you have your contract? I do it. Every day. You have now? Yes, I do it. In my hand right now. Your contract? Yes, right. Vertrag. What else should I have in my hand when I'm talking to you? So, jetzt möchte ich die Zählernummer und die Kundennummer. Von Strom und von Gas? Ja. Ja, Benka Rakeres. Nein, Herr Benka, ich brauche die Stromzählernummer und Gaszählernummer. Ja. Das steht in Ihrem Vertrag. Wo ist denn Ihr Vertrag von Strom und Gas? Bei meiner linken Hand und bei meiner rechten Hand ist ein Haustuch Schlüssel. Okay, dann setzen Sie sich mal an einem Tisch und machen Sie diesen Vertrag auf. Da steht die Kundennummer und da steht Zählernummer. Ja, aber Briefumschlag schon offen. Okay, und da steht die Kundennummer jetzt von Strom und Gas? Nein, das Kontonummer bei Bankstern. Das ist nichts mit Bankgeben. Das sind immer Barbezahlung machen. Right? Schauen Sie mal. Ja. Herr Benka, ich möchte, dass Sie für Ihren Strom ab sofort weniger bezahlen, auch für Ihren Gas. Bei Strom sehe ich 71, 55 können Sie jetzt bezahlen im Monat. Und bei Gas habe ich noch nicht geguckt. Ich möchte erst mal mit Ihnen Strom weitermachen. Statt bei weniger bei 83, 71 Europa. Ja, genau. Okay. Und ich brauche von Ihnen die Kundennummer und die Kundennummer. Die Kundennummer. Und dann kann ich... Die Kundennummer. Right. Warum hast du das nicht gesagt, dass ich das vorhin habe? Ich habe alle Tage warten. Ich sagte das, aber... Du hast nicht gesagt. Du hast nicht gesagt, dass die Kundennummer Nummer. Ja, aber du hast gesagt... Ich habe die Erinnerung wie ein Elefant. Ich habe die Erinnerung wie ein Holy Cow. Ich habe die Erinnerung wie ein Holy Cow. Ich habe die Erinnerung wie ein Elefant. 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 Ja, das ist alles von Strom. Jetzt ist das gleiche für Gas, bitte. Ich muss das aufbauen. Should ich das machen? Es ist eine Erinnerung wie ein Elefant. Ich denke, ja. So, wie viel kann ich in einem Monat save? Es ist 7,155 Euro, du sagst? Ja, für Elektro-Elemente. Oh, das ist sehr gut. Und warum ist es so günstig? Warum ist es so günstig? Ist es günstig? Äh, du weißt, jetzt in Berlin haben wir die Erinnerung. Das ist, warum wir dich auch nennen. Und du kannst jetzt für deine Elektro-Elemente günstiger. Ja, okay. Denn der Arbeitspreis ist günstiger, deshalb. Ja, ist das, äh, angebaut wegen Nikolaus-Tag? Äh, nein, äh, nicht unbedingt wegen Nikolaus, aber ist angebot. Und dann haben sie auch zwei Jahre Preisgarantie. Das heißt, auch wenn die Preise sich erhöhen, bei ihnen bleibt gleich, ja? Sie kriegen keine Erhöhung, Preiserhöhung. Okay. Das ist gut. Und woher das Strom dann, äh, zu mir kommen? Welches Firma? Maximo. Hä? Wie bitte? Mi Volta ist das. Mi Volta Energie. Maximo Energie. Ist das der von des Films Der Gladiator? Maximus? Oh nein. Aber das... Maximo kenn ich nicht. Aber das... Sie das Film nix gucken? Oh nein, ich habe nicht geguckt. Was sie für Filme mögen? Sie kennen sie Bollywood-Filmen mit, äh, mit Indien? Oh ja, natürlich! Oh! 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 Sehr gut! Sehr gut! Sie indische Kultur mögen? Ja, natürlich! Ich habe jetzt auch mitten in mein... Also ich habe... Also ja, ich liebe Bollywood-Filme. Ich gucke gerne. Das ist gut. Und wissen Sie, letztens habe ich geguckt... Dangaul. Dangaul, Dangaul. Wissen Sie? Dangaul, Dangaul, Mimi. Yatobuti Gelegati. Galiyaaa. Oh! Diese Film, wo die zwei Geschwister immer kämpfen... Ja, das ist ein großes Problem bei Indien. Das, äh, Bruder und Schwester sich immer bei Schnauze schlagen. Wo sollen die bei Garten arbeiten? Ja, da kann ich nichts sagen. Das ist auch bei meiner... Wir haben Ziegenfarm. Ja? Und das ist auch bei uns immer meine Probleme. Warte, meine Bruder, der will nichts arbeiten. Oh. Und ich sage, du musst arbeiten, sonst kannst du hier nichts wohnen. Und der hier jetzt nichts mehr wohnen, weil der will nicht arbeiten. Aber du kannst... Das ist gut. Die Ziege muss gemolken werden, sonst Schmerzen haben. Das ist nichts gut. Ja, natürlich. Die muss kräftig drucken und dann kann man das machen. So. Ja. Ich warte jetzt gerade alles ein. Jetzt bei sieben Jahren die Firma haben. Wir wollen so jetzt Internetseite machen und Callcenter machen, zu Verkauf machen bei Molkerei und andere Firma. Möchten Sie bei meinem Callcenter kommen? Sie guten Verkauf machen. Danke schön, aber nein, ich arbeite hier sehr gerne. Danke schön. Ja, aber ich bessere Preise machen. Das ist wie bei Ihrem Strom. Ich bessere Preise machen, weil ich gute Menschen muss immer haben. Aber ich wohne in Frankfurt. Ich kann nicht weg. Ja, ich... Sie... Kennen Sie das... Kennen Sie das... Kennen Sie das Film mit Sarukan, wo das mit Helikopter kommen? Ich kann sie Helikopter schicken. Das ist kein Problem. Oh. Ich kann bei Steuer... Ich bei Steuerabsetzung machen. Ja, natürlich. Klar, kein Problem. Aber kann ich jetzt nichts mehr machen, weil habe ich das Taschenrechnung geschlagen. Oh. Herr Benka. Ja, ja. Zählernummer und Kundennummer von Strom habe ich ja jetzt. Ja, habe ich sie. Jetzt auch für Gas, bitte. Brauche ich auch. Ja, das ist die gleiche Firma, also gleiche Kundennummer. Ja. Und Zählernummer? Ja. Das ist... 710... 825. 710... 825. Ja. Ja. 325. 425. Also nochmal. 710... 825... 425. Can you please repeat in German? 710... Ja. 825. Ja. 525. Ja. 525. 725. soient είναι aus Deutsch und Englisch. Ich denke, ich habe verstanden. 425. Nein. Sagen Sie mir. Von was bitte? 225. Von Gas. Das nichts verstehen. Das... Warum so Kompliziert machen? 325. Komplikation machen. 425. jun. Ich mache kein Konfirechen. Herr Benka. Seele Nummer? Von Gas. Können Sieестоj einmal sagen? Ja. Ich dreimal sagen. 325. Musste man nochmal machen. ja alle 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 ordnung alle alle in ordnung hätte keine probleme wurde sie mir bild schicken von call center muss eigene call center machen ich brauche nur noch die e-bahn von ihnen damit ich das schriftverfahren damit das weiterhin für das schriftverfahren von ihrem konto abgebucht werden kann ich habe keine worte verstehen sie zu laut er zu zu leise zu nicht nichts 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 das wie heißt den wort das negativ an warte muss bei mein zeit ich das immer aufschreiben weil ich manches wort es immer vergessen ja langsam langsam bitte langsam sprechen jetzt als letztes brauche ich von ihnen nur noch ihren e-bahn damit ich das alles weiterhin als schriftverfahren von ihrem konto abgebucht werden kann iwan ja warum weil damit ich das in den unterlagen eintragen ich bin ja die unterlagen nach hause denn über müssen sie einmal nein moment ich erzähle ihnen ich schicke ihnen unterlagen nach hause von stro und gas okay dass sie jetzt ab sofort weniger bezahlen können ja und in den unterlagen habe ich jetzt ihren zählernummer ihren kunstnummer geschrieben von strom und auch von gas ja weil wenn sie sich dann dafür entscheiden damit wir für sie den wechsel machen auch kostenfrei und sie danach nicht mehr sich um nichts kümmern müssen bereite ich gerade hier die unterlagen vorher deshalb brauche ich auch wenn das bei ihnen verlassschriftverfahren abgebucht werden soll den e-bahn-nummer von ihnen kann ich meine sohn geben keine worte verstanden ok wie alt ist der sohn 19 19 ok 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 ja hallo ja hallo sie verstehen jetzt besser deutsch ja ich kann das schon seit ich auf der welt bin ach super ganz toll ja wen habe ich denn da jetzt mein vater ist ja total aufgebracht oh also petri ist mein name von der energievertrieb bundesweit melde ich mich weil es jetzt preissenkund gibt für strom und auch gas derzeit haben wir uns bei ihnen gemeldet und da habe ich jetzt eben ein vergleich durchgeführt weil papa hat gesagt 83 euro zahlt ihr derzeit für strom und bei gas habt ihr einen abschlag von 60 euro im monat ja habe ich eben das mal verglichen und geschaut ob ihr eben eventuell bei dem verbrauch ihr seid ja bei der berliner stadtwerke derzeit ne ich glaube schon ja sind sie nicht von stadtwerken ich dachte sie werden jetzt von den stadtwerken nein wir arbeiten mit allen anbietern zusammen und sind selber kein anbieter ach ist das so was ist das so was staatliches so so verbraucherschutz also wir sind die zentrale energievertriebs bundesweit zentrale was das denn für eine energievertriebs bundesweit zentrale wir arbeiten mit allen anbietern zusammen derzeit ja also sind selber kein anbieter und wir melden uns eben weil es jetzt in berlin preissenkund für strom und auch gas gibt derzeit und da würden wir gerne ja und sie suchen dann da die günstigen raus oder wie machen sie das genau so ist es damit sie nicht so viel viel strom und gas bezahlen das ist ja drollig ja und da hat jetzt ihr vater nicht verstanden wir kamen da jetzt nicht mehr voran er hat mir jetzt die zählernummer und kundennummer von strom und auch gas gegeben ja ich würde ihnen gerne die unterlagen nach hause schicken damit sie die einmal kontrollieren überprüfen und dann wenn es ihnen zusagt können wir gerne ein wechsel für sie vornehmen hatte das einen tieferen sinn dass sie gerade dauernd deutsch und englisch im wechsel gesprochen haben ich habe das durch das ganze haus gehört das war lustig ja aber der papa hat ja nicht so richtig deutsch verstanden also hatte ich ja keinen anderen wahl quasi auch das ist wohl richtig ich fand das toll das ist toller kundenservice ja danke schön ja gerne doch das wird bei uns ja auch ganz groß geschrieben hallo ja ich bin noch hier ich komme mir gerade ein bisschen äh wie soll ich denn das nennen nicht ernst genommen rüber wieso das denn ich weiß nicht also so komme ich mir also fühle ich mich was mache ich denn also irgendwas das jetzt nicht verstanden haben was ich da gerade erklärt habe nee also ich finde das war ziemlich deutlich aber warum reden sie denn jetzt so mit mir habe ich ihnen was getan ach so quatsch nein 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 um gottes willen es kann mir nur so wirklich sie macht mich hier an sagt ich nehmen sie nicht ernst wenn der die bär liga die bauti war ja hallo 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 was war die probleme was ist mein problem mit meinem sohn habe ich nicht um gottes willen wenn es hat warum sie mit meinem sohn streit machen das ist sehr nette junge man da heute machte ich bin mir mal ihren sohn wieder und das weinen was sie machen da das sehr junge emotionellen menschen was sie machen kann ich mit dem sohn noch mal sprechen fragen nein nein ich glaube was ist los gewesen was problem wissen sie ich mache das so wir machen das ganze jetzt einfach ohne iban herr banker ich sende ihnen die unterlagen zu ja damit damit sie das alles noch mal schwarz auf weiß sehen können überprüfen und kontrollieren kommen können wenn sie nur zusagt behalten sie die unterlagen wenn sie die mir einfach zurück ja nichts sie können mir nichts einfach kontakt die schicken reit nein ich schicke ihnen eine auftragsbestätigung das ist gleiche wie kontakt die reit ich habe hier eines eine blatte bekommen von kenne sie polizei berlin ja das steht bei berlin ja das steht hier landes polizei berlin das ist so eine platz also eine flyer zu aufmachen das steht vorsicht abzocke die polizei gibt tipps zum schutz vor telefonbetrug sie können mir nichts einfach kontakt die schicken wenn ich nichts will kontakt die machen ich bin doch aber keine telefon betrügerin die aber sie können mir nichts kontakt die schicken ich sage sie mir keine kontakt die schicken sie sagen ich sie keine kontakt die machen das so jetzt kam nicht soweit sie haben jetzt mein zeit verschwendet muss ich ganz ehrlich zugeben ich verarsche hier niemanden ja sie haben ein preis ermäßigung wenn sie das nicht in anspruch nehmen möchten ist das für mich vollkommen in ordnung sie jetzt auch bei mir schreien was ist das problem wie sie mit mir reden aber ich mache das hier mit ihnen damit sie was von haben nicht für mich ja aber meine sohn weg sie weinen was ist das problem wird er was machen wenn sie mit ihnen nicht gut reden warum wird meine sohn machen das stimmt doch gar nicht sie mir lachen warum sie mir lachen liegt nichts lachen ok ich wünsche ihnen einen wunderschönen abend der die marki zu den bänden kathartikel mit den tipp aber die radio mit bänden schott bänden kalorre der die marki zut blöd